Tor für Werder Bremen, 1 zu 0 durch Izzetajirovi Der nicht wieder zu erkennen der SV Werder Bremen geht verdient mit 1 zu 0 in Führung. Mit einem Traumtor bringt Izzetajirovi die Grün-Weißen in Front war das eine schöne Einzelaktion. Der Bosnier setzt sich unweit der Mittellinie gegen Busman durch, der unter der Kugel her segelt, legt sich die Pille einige Meter vor, zieht in die Mitte und wuchtet das Spielgerät von Brosinski unbewacht aus 20 Metern zentraler Position auf den Kasten. Der Ball senkt sich genau in den Knick des Gehäuses von Jonas Lösell, der absolut chancenlos ist. Izzetajirovi, geboren 4. August 1991 in Bruck, Schweiz, ist ein bosnisch-schweizerischer Fußballspieler, der vorwiegend als Rechtsaussehen eingesetzt wird.